Pornos oder Horrorfilme schauen, was macht das mit deiner Liebesbeziehungsfähigkeit? Was sagt das über dich aus? Macht das gar nichts? Sollte man das machen, befürworten, beziehungsweise ein bisschen mehr loslegen oder ist das sogar richtig gefährlich? Das erfährst du gleich. Herzlich willkommen, mein Name ist Nadine Kritz, die Frau in Rot, für die Liebe, für die Urkraft der Liebe und der Lichtenergie. Damit kannst du dir eine erfüllte Partnerschaft an Land ziehen, aber nicht nur das, sondern du kannst auch zum absoluten Geldmagnet werden, weil wir sprechen hier über ein Energiefeld, eine Urkraft der Liebe. Pornos. Puh. Also, ich werde das relativ schnell abkürzen, aber eine kleine Geschichte. Eine Kundin von mir hatte jemanden kennengelernt und der hat ihr immer so fette Kussmünder geschickt und so, du siehst gut aus und dann so ein Sabber-Smiley quasi. Und wenn man sich gerade kennenlernt, ist das nicht sonderlich attraktiv für eine Frau. Man denkt so, hm, also wenn man jetzt total verschossen in denen ist, okay, vielleicht, dann findet man das süß. Aber wenn man eine Göttin ist, dann guckt man sich ja vielleicht auch eher erst mal an, mit wem ich es zu tun habe und dann ist das eher ungangenehm und geht schon fast in die Belästigung rein. Gleichzeitig sagte dieser Mann dann auch, dass er halt gerne Pornos schaut und ich weiß ja nicht, was sonst auch. Jetzt kann man sagen, ja, macht doch nichts. Klar, kann man das machen. Allerdings, ich möchte einfach auch gerne, da bin ich sehr dankbar für meine männlichen Coaching-Kollegen auf diesen Kanälen. Die haben schon vor vielen Jahren gesagt, Männer, lass das sein. Es ist einfach nicht realistisch, das, was man da sieht. Und das hat auch nichts mit erfüllter, tiefgehender Partnerschaft zu tun im Gegensatz dazu. Es kann dich sogar daran hindern, wenn du glaubst oder wenn du der Meinung bist, dass das realistisch sein könnte. Und du wirst vor allem abgestumpfter. Ich möchte das anhand der Horrorfilme einmal erklären und das mit den Pornos ist im Prinzip auch irgendwo ähnlich. Ich war nämlich so eine, die super gerne Horrorfilme geguckt hat. Ich habe die zwar meistens so geguckt, weil ich das gar nicht sehen konnte, weil ich das gruselig fand und auch echt eklig manchmal. Und dennoch war das so das Einzige, was mich irgendwie begeistert hat, was ich so an Filmen mir anschauen wollte. Warum? Also, du weißt ja 100 miese Dates und die Suche nach der Liebe. Das ist mein erstes Buch, was mich zurück zu mir selber geführt hat, wo ich offen und ehrlich schreibe, wie wir Frauen uns fühlen, was wir uns wünschen. Also meine absolute Offenbarung, die mich echt Mut gekostet hat. Als Mann wirst du kein vergleichbares Buch finden, das so offen und ehrlich ist. Also, falls du es noch nicht hast, es ist wirklich eine Muss-Lektüre, wenn du auf Frauen stehst. Egal, ob du schon in einer Beziehung bist oder wenn du nicht in einer Beziehung bist und noch eine Frau kennenlernen möchtest. Und selbst, wenn du beim Vertrieb arbeitest, wirst du unfassbar viel über die Kommunikation lernen. Das hat zumindest ein Millionär mir gesagt, dass da unheimlich viel drin ist, als er es gelesen hat. Weil wenn du mit Frauen kommunizieren kannst, dann kannst du es erst recht auch mit Kunden. Und da die Kunden verstehen und da eben auch richtig kommunizieren oder so zu kommunizieren, dass du verkaufst. Und das ist die Urkraft der Liebe. Da geht es um Kommunikation auch. Es geht um Kommunikation. Es geht um die Bedürfnissebene. Und es geht darum, das Herz zu öffnen wieder. Und Horrorfilme machen genau das Gegenteil. Pornos letztendlich auch. Sie verschließen das Herz, weil du in eine Welt eintauchst, die irgendwie gruselig oder rein sexuell ist. Und es hat keine tiefe Verbindung zu deinem Herzen. Ich habe angefangen, Horrorfilme zu schauen, schon recht früh. Meistens findet man das ja schon als Teenager recht interessant, weil du als Teenager anfängst, dich von dir selbst zu entfernen. Du fängst an, dein Herz zu verschließen aus Enttäuschungen, Verletzungen, Liebeskummer. Und dann beginnst du, dir im Außen Einflüsse und Reize zu holen. Und die reichen dann meistens nicht mehr aus. Es wird dann immer, du brauchst immer, immer mehr. Es ist wie ein Junkie, ein Drogenabhängiger. Du machst den ersten Schuss und dann reicht es nicht. Dann willst du noch mehr, noch mehr, noch mehr. Und auch, liebe Frauen, wenn du ausschließlich Stimulation über elektrische Geräte und Sonstiges brauchst, dann du wirst ja immer unempfindlicher. Und auch der Mann hat es dann wesentlich schwerer bei dir, wenn du immer mehr auf andere, auf krassere Dinge stehst, krassere Dinge anwendest. Dass du in dem wahren Empfinden noch bist. Also es tötet deine Empfindsamkeit. Es tötet deine Möglichkeit, mit dem Herzen wieder in die Verbindung zu gehen. Es ist ein Ablenkungsmanöver. Und wie ich eben sagte, wie bei einem Drogenabhängiger, du brauchst immer mehr davon, dass du noch einen Kick bekommst. Dass du noch eine Empfindung bekommst. So braucht zum Beispiel jemand, der Sex statt Liebe möchte, der braucht immer, immer mehr Sex, um Anerkennung zu bekommen. Und um, er möchte ja Liebe, aber er nimmt eine Ersatzdroge quasi. Und das ist die reine Körperlichkeit. Und irgendwann kommt dann aber der Punkt, wo man begreift, ich fühle mich aber innerlich leer. Und das gibt mir nicht das, was ich mir in Wahrheit wünsche. Und vielen fällt es auf und vielen fällt es eben auch nicht auf. Und wenn du dieses Video schaust, herzlichen Glückwunsch. Und wenn du darüber nachdenkst und denkst, okay, vielleicht ändere ich meinen Konsum und schaue mir auch keine Horrorfilme mehr an, weil ich wieder in das Fühlen kommen möchte, weil ich wieder wahrhaftige, ernsthafte Bindungen aufbauen möchte. Und dann ist das der erste Schritt dazu. Du kannst es natürlich auch anders machen. Wenn ich Kunden im Coaching habe, da passiert dieser Schritt dann ganz automatisch, dass man keine Pornos oder auch keine oder keine jede Woche eine neue Frau, ein neuer Mann haben will, sondern dann passiert es automatisch, weil du anfängst, wieder in deine Herzenskraft zu kommen, in deine Kriegerenergie, in deine Göttinnenenergie. Und dann passiert es automatisch, dass du dann diesen Reiz nicht mehr attraktiv findest, sondern weil du einfach mehr Tiefe und mehr berührt sein haben möchtest. Also, ich hoffe, das hat dir einen guten Einblick gegeben. Ich freue mich sehr, wenn du auch Likes kommentierst, weil YouTube hat aufgrund damals meinem Video in der C-Zeit, da habe ich sehr viele Dinge gesagt, die ich besser nicht gesagt hätte offensichtlich. Und deswegen ist mein Kanal ziemlich runtergedrosselt. Also, hilf mir dabei, dass die Liebe wieder mehr Präsenz bekommt in deinem Leben und in anderen Leben und wir damit die Welt ein Stückchen besser machen können, weil ich dann wieder mehr ausgespielt werde, auch an die vielen echten Follower, die jetzt meine Videos gar nicht mehr zu sehen bekommen. Also, bitte, bitte, bitte. Ich würde mich sehr darüber freuen. Dankeschön. Also, fühl dich gedrückt, fühl dich geliebt, umarmt. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Vielen Dank.